Ich wollte euch gar nicht diesen wunderschönen langsamen Blues vorspielen, sondern ich wollte euch diese Hand eines Gitarristen vorführen. Sie ist, wie man unschwer erkennen kann, geprägt von einer langjährigen Arthrose und vor einem halben Jahr gab es einen leichten Unfall mit schweren Folgen. Die ganze Hand war steif und musste durch Krankengymnastik mühsam wieder in Bewegung versetzt werden. Dann gab es operative Eingriffe am Kapaltunnel, am Dibitrail und was soll ich euch sagen, in einer Woche spiele ich mit meiner Band nach langer Pause wieder auf der Live-Bühne. Ohne meine Physiotherapeutin wäre das nie gelungen. Vielen herzlichen Dank.